Hallo, heute zeige ich euch, wie man Hundekau-Streifen isst. Ich habe hier was von Gera, Beef-Sticks mit Rind und zeige euch jetzt, wie man sowas isst. Vermut man die Knabonussi? Ne, stehen Pfannen nicht nach, 100 Pfund ab. Ganz grässlich. Kauzig wie ganz weiches Fleisch. Oh man. Schmeckt wie vergammeltes Fleisch oder so ähnlich. Und stimmt auch. Kauzig wie weiches Karamell oder Sanne Toffee. Kauzig. Kauzig. Look. Kauzig. Kauzig. Buhzig. Kauzig. Hier ist die Schaffer. Schmeckt wirklich grauenhaft. Das war's, dann bis zum nächsten Mal.